Er selber arbeitet momentan an der Universität Hamburg im Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser. Er ist zu uns gekommen, um über das hier auch projizierte Thema zu referieren. Und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für die Bereitschaft, diesen Vortrag zu halten und begrüße ihn hier ganz herzlich. Okay, guten Morgen. Können wir die nächste Folie bitte haben? Das Thema der Inklusion in die Förderung von Kindern mit Cocktail-Implantaten soll nicht die Diskussion pro oder kontro sehr stark medizinisch orientierter Prozess und er wird sehr professionell begleitet. Die Frage ist nur, wie findet die nach diesem medizinischen Eingriff stattfindende Frühförderung statt? Es gibt eine Beratung Richtung CI, es gibt eine Therapie, aber die ist rein nürgerichtet orientiert in den meisten Ländern. Aber es gibt ja nicht nur die erste Phase, sondern es gibt das dritte, vierte, fünfte, sechste Lebensjahr und dann kommen die Kinder in die Schule. Und bis jetzt ist nicht klar, was mit diesen Kindern in der Schule eigentlich passiert. Und dieses Team, von dem ich gesprochen habe, widmet sich der Frage, wie man den Unterricht für diese Kinder professionell und sinnvoll gestalten kann. Nächste Folie bitte. Okay, dieses ganze sehr stark professionalisierte Verfahren bedarf zunächst mal einer Betrachtung und einer Auswertung von außen. Und wir brauchen natürlich ein klares Konzept, das die Gebärdensprachförderung für Kinder mit CI auch sinnvoll erscheinen lässt. Und an diesen Konzepten hapert es zur Zeit noch ganz fürchterlich, weil natürlich am Anfang immer empfohlen wird, die Gebärdensprache erstmal nicht zu benutzen. Und die Frage, die zu Anfang immer gestellt wird und die zu lassen, aber dennoch gebärdensprachlich zu benutzen, bedeutet, dass man den Eltern, den betroffenen Eltern verschiedene Möglichkeiten darstellt, zum einen eben lautsprachlich oder audiologisch vorzugehen und zum anderen den gebärdensprachlichen Weg dazugehen. Und viele Leute sagen, ja, das sind die Wahlmöglichkeiten, die wir haben. Aus unserer Perspektive ist das super ironisch. Es sind gar keine Wahlmöglichkeiten, die da eröffnet werden. Denn es ist ja nun mal so, wenn so ein kleiner Mensch auf die Welt kommt, dann möchten Eltern, und es sind in der Mehrzahl hörende Eltern, wir haben ja von 80 bis 90 Prozent hörenden Eltern gesprochen, diese Eltern sind im ersten Moment schockiert. Für diese Eltern bricht im ersten Moment eine Welt zusammen. Was dann folgt, ist Trauerarbeit. Die Eltern müssen Trauerarbeit machen und das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich glaube, dass Eltern in dieser Phase sehr viel Betreuung, sehr viel Empathie, sehr viel Begleitung brauchen, um sie vorzuweisen auf andere und sagen, ja, die müssen es regeln, die müssen sich ändern, die müssen etwas machen. Sondern ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass die gehörlose Gemeinschaft endlich anfängt, sich positiv zu kümmern. Aber es gibt zum Beispiel auch ganz hervorragendes Material von Frau Kester, Karin Kestner. Da würde ich empfehlen, einfach mal auf die Homepage zu gehen. Und gerade für Eltern, die noch so in der Findungsphase sind, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, die einfach auch so ein bisschen das Vertrauen verloren haben, die so ein bisschen organisieren. Mein Problem ist, die Scheinwerfer hier sind so stark, ich sehe nicht mal, wer sich meldet. Es wäre vielleicht ganz gut, dass hier nicht Leute die Hand hochhalten, weil wir sehen das wirklich schlecht. Sondern, dass diejenigen, die eine Frage haben, einfach sich hier vorne in der linken Bühnenecke versammeln und wir die Fragen dann nacheinander abarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Zusätzlich spricht man auch in diesem Bereich bei ganz kleinen Kindern immer auch mit Gebärden und wird es zugefressen. Auch das eine, Sie wissen, wir haben sie schon oft eingeladen, zum Beispiel im CIC Hannover, irgendwo hospitieren zu können, um ein breiteres Spektrum zu haben, was das Cochleärimplantat leisten kann und was es nicht kann. Auch das wird ganz klar, auch Ihrer Meinung, es gibt nichts, das eine oder das andere. Schon 1987 hat Professor Lehnhardt gesagt, ein guter Pädagoge wird sofort merken, er kommt nicht in die Sprache und wird die Gebärdensprache hinzuziehen. Und Sie wissen auch, dass in allen CIC-Zentren inzwischen auch mit Gebärden auch gearbeitet wird. Nur Sie müssen sich da informieren, nicht in der Weise, wie Sie es vielleicht noch wünschen, aber es ist ein Anfang. Ein Anfang muss immer gemacht werden. Und ich denke, wenn die Zahl, Sie haben die negativen Zahlen, aber Sie benutzen keine einzigen Informationen aus deutscher Quelle. Alles eng und weiß wohl nicht. Sie wählen nicht zum Beispiel, der hat erst letztens seine Zahlen veröffentlicht. Also 45 Prozent der CI-Kinder gehen in eine normale Schule, davon etwa auch 20 Prozent auf Gymnasien. Zehn Prozent, also auf verschiedenen Gründen, gesundheitlich etc. Und der Rest geht in gehörlosen Schulen, bis zu einer schweren Schule. Es ist schon eine Leistung. Und wenn man sieht, wie gehörlose Eltern mit ihren CI-Kindern kommunizieren können, ist es wunderbar. Da bin ich immer wieder begeistert. Und ich lade Sie heute schon ein. Wir haben wiederum ein Symposium mit gehörlosen Eltern und CI-Kindern vom 31. Mai bis zum 2. Juli in Darmstadt. Ich lade Sie gerne dazu ein, nicht nur auf die Stars, sondern auf die anderen zu sein. Auch Gebärden gibt es Stars und gibt es welche, die kein Stars sind. Das müssen wir also hinzuholen. Ich möchte keine Diskrepanz haben, sondern wir wollen miteinander zu tun haben. Denn wir haben sehr vieles, was wir gemeinsam haben, ohne Dissens. Und das, was wir Dissens haben, müssen wir einander begegnen und miteinander sprechen und rüberführen. Auch andersrum. Das Einhacken auf die Ärzte ist meines Erachtens der ganz, ganz falsche Weg. Die Ärzte implantieren und danach sind die Pädagogen dran. Das ist der wichtigere Teil. Und der wichtigere Teil, das haben Sie auch ganz schön klar gemacht, sind in den CI-Zentren schon da, dass man versucht, mit den Kindern Lautsprach, die kommen sehr schnell. Und wenn sie früh implantiert sind, geht es fast spielen. Braucht nichts tun. Nur die Technik muss halt immer wieder nachjustiert werden. Das ist das eine. Und ich bitte Sie ganz herzlich darum, mehr aufeinander zuzugehen. Und nicht auf die Ärzte, solange Sie auf die Ärzte einhauchen, haben Sie keine Chance. Aber solange Sie mit den Ärzten die Hände geben und sagen, ihr macht euren Job, ihr wollt helfen, wir wollen helfen, wir sollen es gemeinsam machen, dann wird es auch besser, viel besser funktionieren. Gut. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich denke, der Hinweis darauf, dass wir uns langsam, aber sicher annähern, ist natürlich wichtig. Ich glaube, das ist ein Thema, an dem wir auch dranbleiben müssen. Und es ist kein Thema mehr, dass Kinder implantiert werden. Es gibt keine Diskussion mehr für oder gegen das eigentliche Gerät. Uns geht es einfach um die Frühförderung. Es geht einfach darum, zu welchem Zeitpunkt wir mit bestimmten Arten von Frühförderung anfangen. Der Rest sind wirklich Dinge, über die müssen wir nicht mehr diskutieren. Da haben Sie völlig recht. Mir geht es nur darum, dass wir vernetzt zusammenarbeiten und dass Zuständigkeiten auch klar geregelt werden beziehungsweise auch mal abgegeben werden können. Und dafür brauchen wir solche Treffen. Ich habe ja schon von der Veranstaltung im Juni erzählt, von der Fachtagung. Und auf dieser Fachtagung ist klar gesagt worden, dass Vernetzung auch weiter gefördert wird und dass vor allen Dingen alle über alle Fördermöglichkeiten auch entsprechend informieren. Und da fehlt es eben häufig noch tatsächlich an Zusammenarbeit. Ich wollte mit diesem Vortrag unter anderem auch vorstellen, dass man keine Theorien mehr denkt oder keine Modelle mehr hat, in denen Gebärdensprache nicht stattfindet. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Gebärdensprache funktioniert. Und zu so einem Konsens müssen wir auch kommen. Es gibt keine Förderung ohne Gebärdensprache. Das ist mein Ziel. Und wenn wir das offen diskutieren, denke ich, haben wir hervorragende Möglichkeiten, damit auch weiter zu arbeiten. Und ich sehe auch noch Bedarf in der medizinischen Fachausbildung der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Sie haben gesagt, es ist deren Aufgabe, das Implantat einzusetzen. Das sehe ich etwas anders, weil im Krankenhaus beginnt bereits die Beratung der Eltern. Man kann nicht sagen, da befindet nur das Einsetzen statt und dann kommen die Pädagogen. Das stimmt ja so nicht. Die Erstberatung wird ja ganz klar vom medizinischen Personal gemacht. Wir haben sicherlich ganz, ganz, ganz viele Überschneidungspunkte. Und ich freue mich auch tatsächlich darauf, die mit Ihnen mal wirklich diskutieren zu dürfen und zu können. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir Zusammenarbeit der unterschiedlichen Stellen tatsächlich hinbekommen. Ich hätte dazu schon noch etwas. Also könnten wir vielleicht... Ich bin aus der Familie. Ich habe sieben Enker. Davon haben fünf gesunde. Die sind alle gesund. Also das heißt ohne Körperkörper. Aber was die Sprache anbedenkt, ganz unterschiedlich. Fünf ganz normal. Der Jüngste, ein Star, der hat mit zwei Jahren schon Sätze gesprochen, was die anderen noch nie gesprochen haben. Und der eine aber hat erst noch mit vier Jahren, obwohl er keine Probleme haben wird, nur Mama und Papa deutlich gesagt. War sehr aggressiv. Und über Nacht auf einmal ist durchgebrochen. Muss auch da Zeit geben, auch dem Ziel. Danke. Gut, herzlichen Dank. Ich finde es prima, wenn zusammengearbeitet wird. Aber ich finde, dass die Ärztekammer total blockiert. Ich glaube, wir haben so oft probiert und wir stoßen da immer auf Widerstand. Die Ärzte interessieren sich für das technische Gerät und für die OP, die damit zusammenhängt. Das ist es. Punkt Ende. Und der zweite Punkt ist, dass die Krankenkasse, das CI bezahlt, die bezahlen die ganzen Sprachübungen, die bezahlen alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Die bezahlen aber gar nichts, was mit gebärdensprachlicher Förderung zusammenhängt. Die bezahlen keine Gebärdenkurse, gar nichts. Und ich finde, das ist ein Widerspruch. Man kann nicht sagen, oh, der medizinische Bereich bekommt Tausende von Euro. Das ist überhaupt kein Problem. Alles wird gezahlt, aber sobald Gebärdensprach ins Spiel kommt, wird nichts. Vielen Dank für diese Anmerkung. Also das ist genau das, was ich auch denke. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich eine gute Zusammenarbeit und wir brauchen wirklich auch gute Kommunikation untereinander. Und dann können wir uns dort viel mehr und synergetisch einsetzen, um eben die Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, beides zu sehen, beide Wege auch gleichermaßen zu sehen und zu fördern. Zwei kleine Beispiele habe ich gesagt. Quietschehände hatte ich hier als Folie gezeigt. Quietschehände, wenn ich es richtig verstanden habe, in meiner Wahrnehmung wird finanziert, dass die Eltern dort Anträge stellen können. Und zwar können sie in der Sozialbehörde ein persönliches Budget für das Kind beantragen. Und dieses persönliche Budget können sie dann verwenden, um Quietschehände zu bezahlen. Das zweite, was ich gezeigt hatte, war Sprachsignale aus Hamburg. Auch die haben es vor kurzem geschafft, dass man, da kam es zu einer Vereinbarung mit der Stadt Hamburg, dass da auch eine Finanzierungszusage gegeben wurde. Und ich sehe einfach, dass anhand dieser Beispiele und dieser positiven Beispiele, wir hier auch in einem Prozess der Bewusstseinsbildung angekommen sind, dass zumindest gesehen wird, dass die Inkludierung von Gebärdensprache ein durchaus positiver und wichtiger Weg ist. Und es geht gar nicht darum, hier aufeinander einzuhacken oder einander zu schlagen, weil ich glaube, da kommen wir nicht voran. Es geht darum, einen konstruktiven Weg zu finden. Und wir sollten Netzwerkarbeit betreiben und gemeinsam zusammenarbeiten. Und diese Frage, die mir auf den Nägeln brennt, wo gibt es eigentlich gebärdensprachliches Angebot? Ich halte das in Deutschland für nicht ausreichend. Ich glaube, wir sind da unterversorgt. Wir brauchen da wirklich, wirklich ganz gezielte Angebote. Das ist auch ein großer Arbeitsmarkt. Da muss man einfach risikobereit sein. Da muss man einfach auch mal die Dinge in die Hand nehmen. Und man kann da, glaube ich, sehr, sehr viel schaffen. Und ich denke, dass die Zeit jetzt reif ist. Und ich glaube, so zumindest auch meine Hoffnung, dass wir am richtigen Moment jetzt sind und loslegen können. Und man kann nicht mehr Gebärdensprache einfach zur Seite wischen, unter den Teppich kehren. Das ist sicherlich etwas, was heute nicht mehr möglich ist. Ich habe mir das angesehen. Und dieses Thema der Sprach- und Dekoration, das hat mich stark berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das wichtig und trotzdem ist es noch zu wenig. Und deinen Appell für dieses Netzwerk finde ich gut. Trotzdem denke ich, und bezogen auf unser Team, wir sind ja nun wirklich kleine Fische in einem großen Becken. Und hier haben wir den großen Professor. Und ich würde dich gerne einladen zu einem Vortrag zu diesem Thema, wie man das wirklich schaffen kann. Wir gucken mal, wo ist eigentlich der beste Ort. In einer Förderschule oder in einer Schule für Hirn und Kommunikation oder in Selbsthilfegruppen. Wo kann man am besten etwas machen? Wo erreichen wir Eltern? Wo erreichen wir Ärzte? Wo können wir mit Pädagogen dann zusammenarbeiten? Und vielleicht hast du einen Vorschlag, wo wir sowas mal machen können. Das wäre der erste Punkt. Dann habe ich noch einen zweiten. Vielleicht antwortet du so. Nee, nee. Gut. Mein zweiter Punkt wäre, es gibt ja sehr viel Forschung in Amerika von Joseph Carica. Und diese Forschung hat unterschiedliche Gruppen identifiziert. Da gibt es Kinder, die mit Gebärdensprache, ja, mit denen eben mit Gebärdensprache kommuniziert werden. Die haben eben einen größeren Wortschatz, besseres Sozialverhalten im Vergleich zu Kindern, die das nicht hatten. Und das, muss ich sagen, zeigt ja, dass Gebärdensprache jetzt kein Teufelszeug ist. Und ich frage mich immer, warum wir eigentlich so enorm kämpfen müssen, wenn die wissenschaftlichen Belege, die ja nun vorliegen, immer so positiv sind, wie sie sind. Und warum kommen wir da eigentlich nicht voran? Dankeschön. Gut. Die Frage nach dem Ort, wo man tatsächlich mal zusammenkommt und sich austauschen kann, da wäre jetzt meine spontane Antwort. Da sitzt der Vorsitzende der Deutschen CI-Gesellschaft. Ich glaube, er wäre der beste Ansprechpartner. Und ich glaube, mit ihm müssten wir einfach mal diskutieren, wo der geeignete Ort ist, um so eine Weiterarbeit und Zusammenarbeit in die Wege zu bringen. Und ich denke, es ist sicherlich auch machbar, dass man da Kontakt bekommt zu den Eltern. Da gibt es die etablierten Kontakte zu den Pädagogen. Und das wäre jetzt so meine spontane Antwort. Und vielleicht ist es tatsächlich möglich, dass die Deutsche CI-Gesellschaft da für eine Plattform schafft. Und ja, du hattest ja schon den Hinweis gegeben, dass es sich bei euch nur um ein ganz kleines Team handelt. Und ich denke, es ist sicherlich möglich, auch mal an die CI-Gesellschaft heranzutreten und da um einen Besuch zu bitten. Und ich fände das eine sehr gute Gelegenheit, einfach zu gucken, dass man die Menschen vor Ort bekommt und dass man ein Gespräch hinbekommt. Das wäre großartig. Und von daher würde ich sagen, einfach mal Kontakt aufnehmen und gucken, wie sich was entwickelt. Das wäre jetzt mal eine spontane Idee, die ich dazu hätte. Der zweite Hinweis zu diesen Untersuchungsergebnissen und den Forschungen zum Thema Gebärdensprache in der Frühförderung. Da gibt es sehr klare Ergebnisse. Aber natürlich ist es richtig zu sagen, dass die Auswirkungen dieser Ergebnisse vielleicht nicht so sind, wie wir uns die immer wünschen würden. Und meine Meinung dazu ist, man muss wirklich, wir sind im Moment noch so befangen in dieser Debatte, was mache ich denn jetzt? Lautsprache, Hören oder Gebärdensprache? Und das müssen wir erstmal überwinden. Und ich glaube, die Forschung kann eigentlich nur dazu beitragen, dass wir beide Wege miteinander verknüpfen. Und wie man das macht, da fehlen tatsächlich auch noch Forschungsergebnisse. Dazu gibt es wirklich nicht so viel. Ich bin selbst hörend und habe eine mehrfach behinderte Tochter, die auch gehörlos ist. Sie ist jetzt anderthalb. Und ich habe das immer sehr vermisst. Ich habe das immer als ein klares Pro und ein Kontra in Bezug auf CI und Gebärdensprache erlebt. Und habe in Hannover eigentlich keine Möglichkeit gefunden, im Gebärdensprachenlernen unterstützt zu werden. Da gab es diese ganzen Strukturen nicht. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich durch ein Bank-First-Frühförderung kriege. Das ist aber sehr schwierig und findet nur sehr selten statt. Und auch an der Volkshochschule gab es nicht wirklich DGS-Kurse, die von kompetenten Dozenten durchgeführt wurden. Da haben wir erst jetzt selber neu eine suchen müssen. Wir hatten dort über ein Jahr lang aus Versehen LPG gelernt irgendwie, weil es dort gar keine DGS-Dozenten gab. Trotzdem wurde das als DGS angeboten. Ich wünsche mir einfach, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, da besser zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass auch dieses CI-Zentrum in Hannover die finanziellen Mittel hätte, wirklich in Hannover gebärdensprachkompetente Leute zu beschäftigen und Frühförderung zu unterstützen. Und das gibt es in Hannover nicht. Und ich finde die Situation, wie sie jetzt noch ist, wirklich fürchterlich und anstrengend. Und hoffe, dass sich das Rundgang ändern wird. Danke. Ja, herzlichen Dank. Also ich finde tatsächlich das immer wieder erschütternd, dass betroffene Eltern mit solchen Statements-Auftagungen kommen. Und ich glaube, da sind sie kein Einzelfall, sondern es gibt ganz viele Eltern mit gleichen Erfahrungen. Und man muss einfach gucken, dass wir uns wirklich tatsächlich auch um diese Eltern kümmern. Weil ich finde das ganz schlimm, dass die nirgendwo aufgefangen werden mit ihren Bedürfnissen. Und das wäre tatsächlich, das wäre für mich wirklich ein ganz optimales Ergebnis, wenn man diese Eltern von Anfang an auch beraten könnte. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt vorwärts, wenn wir das schaffen, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der CI-Gesellschaft, eventuell gar mit Medizinern, sowas hinzukriegen. Also herzlichen Dank für den Beitrag. Gut, ganz kurz noch eine Info. Vielen, vielen Dank, Prof. Dr. Christian Rattmann. Das war ein hochinteressanter Vortrag. Und es gibt viele, viele Meldungen. Die Beiträge, die wir gehört haben, waren sehr, sehr spannend. Wir können noch ganz lange weitermachen. Wir sind schon im Delay. Wir müssen jetzt ganz schnell schließen und ganz schnell den Raum wieder verändern. Dann die nächste Veranstaltung, die wir haben.